Ich bin von Haus aus Chirurg, also Sie hatten gehört, ich bin Schüler von Hacketal, mein verehrter Lehrer, der mich vom Nurchirurgen zum Ganzheitsmediziner gemacht hat. Und wir führen seine Therapie in einer anderen Einrichtung, eben in der Klinik Marinos am Stein in Bayern, fort, natürlich mit zusätzlichen Dingen, neuen Behandlungsformen, mit komplementären Behandlungsformen in der Krebstherapie. Wir sind für alles offen und das war vielleicht auch Ausgangspunkt, das wir gesagt haben vor zwei Jahren, als wir das besprochen hatten, warum nicht, warum sollte man nicht das Wasser in die Therapie einbringen können, ohne damals gewusst zu haben, dass es nachweislich so ist. Es war ja auch eine empirische Sache, wir wussten, dass die Bedeutung des Wassers in der Therapie von Krebspatienten, nicht nur von Krebspatienten, wichtig ist und in der Vergangenheit an Wichtigkeit zugenommen hat. Wir haben den Ausgangspunkt gefunden vor zwei Jahren. Und es ist ja so, wir behandeln in der Klinik Patienten mit Krebs im Rahmen einer komplementären, nicht nur alternativen Krebstherapie. Wir versuchen, schulmedizinische Dinge mit komplementären Dingen zu verbinden. Und die letzten Jahre haben doch ganz deutlich gezeigt, meine Damen und Herren, dass die Bedeutung der komplementären Tumortherapie an Bedeutung gewonnen hat. Wir brauchen oder wir sind auch auf der Suche, wir Ärzte, die wir ja manchmal, und das haben Sie mir gelernt, der Pflege, die wir sagen müssen, ich bin hilflos, ich kann nicht raten, ich weiß es nicht. Das ist schwer, wobei es so einfach ist, hier Ehrlichkeit walten zu lassen. Und deshalb sind wir und ich natürlich auch auf der Suche für Heilmethoden, die in ein Behandlungsprogramm mit eingebracht werden können. Wir haben im Rahmen dieser Therapie, die wir führen, natürlich auch regelmäßig Kontrolluntersuchungen. Wir sind auch in der Lage, die freien Radikale zu bestimmen, was wir in der Vergangenheit schon viele Jahre tun, um ganz einfach zu sagen, ja, was sind freie Radikale? Es sind Moleküle, deren fehlt eine Ladung, entstehen durch Negativstress, durch ungesunde Lebensweise, können dazu zu Störungen auf der orthomolekularen Ebene führen und damit Krankheiten verursachen. Es ist aber auch so, dass bei vielen schon Kranken eine sehr hohe Belastung durch freie Radikale vorhanden ist und dass man therapeutisch hier Wege sucht, um die freien Radikale zu senken. Ganz einfach, um die Unordnung des Körpers oder diese Aggressivität dieser freien Radikale zu senken, die Anzahl zu senken. Das war das, was wir immer mit versucht haben, was wir auch in der komplementären Tumortherapie wissen, dass zum Beispiel Vitamin C, Selen, Kakao ist auch ein guter Radikalempfänger, darum empfehle ich immer mal ein Rippchen ganz dunkle Schokolade, wenn das sehr hoch ist, dieser Wert, dass wir das gesucht haben und natürlich auch mit eingesetzt haben. Viele Erkrankungen werden durch freie Radikale mit verursacht, wie gesagt. Und nachdem wir zum Beispiel schon viele Jahre vorher Wasser mit empfohlen haben, gesundes Wasser, sind wir vor zwei, drei Jahren mit Herrn Abfalter zusammen, der seine Beobachtungen empirisch gemacht hat und uns sagen konnte, Mensch, die Leonharzquelle ist ein gesundes Wasser, setzt es doch mal mit ein. Und das haben wir auch mitgetan und haben bemerkt, ohne es messen zu können, dass die Menschen gesagt haben, ja, es tut mir gut. Ganz einfach, es tut mir gut. Und da wir Mediziner natürlich auch alle Zahlen haben wollen, haben wir gesagt, ja, welche Möglichkeiten gibt es denn, um auch einen Beweis zu bringen, dass es gut getan hat oder dass die Heilung schneller vorangegangen ist. Wir haben dann, wie gesagt, das ist praktisch die wissenschaftlichen Tuten, die wir dann bekommen haben und haben dann gesagt, gut, wir wollen versuchen mit einer Methode hier Zahlen zu präsentieren, die beweisen können, dass die Quelle, das Wasser im Körper gut wirkt und zu einer schnelleren Genesung, nicht nur zum sich wohler fühlen, wobei das natürlich zusammengehört, aber zu einer schnellen Genesung führen kann. Wir haben dann in einem Zeitraum von, und jetzt kommen wir an ein paar nackte Zahlen sozusagen, das gehört ja auch dazu. Wir haben im Zeitraum von anderthalb Jahren 270 Patienten untersucht. Es waren ausschließlich Patienten mit einer Krebskrankheit, wobei wir nicht unterschieden haben, welche Art des Krebses es war, wie weit fortgeschritten es war. Es waren aber alles Tumorpatienten, die ein durchschnittliches Alter von 68,3 Jahren hatten, diese 270 Patienten, davon waren 63 Prozent weiblich, 37 Prozent männlich. Wir haben bei diesen Patienten drei Kontrollgruppen eingeteilt. Und zwar haben wir die Kontrollgruppe 1. Es waren also 90 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 69,7 Jahren. Wir haben dann die freien Radikale bestimmt am Aufnahmetag und haben dann eine Therapie begonnen in dieser ersten Kontrollgruppe mit Vitamin-C-Infusionen und Selen-Infusionen. C und Selen ist ja bekannterweise ein guter Radikalenfänger oder sind gute Radikalenfänger. Die Dosis haben wir praktisch bei allen gleich gewählt. Sie erhielten zweimal wöchentlich eine Infusion mit 7,5 Gramm Vitamin-C als EV-Infusion und zweimal wöchentlich 500 Mikrogramm Selen über einen Zeitraum von zwei Wochen. Die haben also kein Wasser gekriegt? Bitte? Die haben kein Wasser gekriegt? Die haben kein Wasser getrunken. Aber ich muss sagen, und ich habe es jetzt auch nochmal aufgeschrieben, alles mit Einverständnis des Patienten, also ich habe denen das Wasser nicht vorenterhalten, ich habe sie ganz einfach gebeten, macht ihr an einer Studie mit, die allen helfen können, dann ist es ja entscheidend, was der Patient will. Ich kann also keine randomisierte Studie durchführen und dem Leitungswasser in die Leonsarztquelle füllen und dann eine Studie machen, da kommt bestimmt auch was raus, aber das kann ich praktisch ethisch nicht machen. Also ich kann sagen, macht ihr mit und wer mitgemacht hat, der hat es auch konsequent durchgezogen, sodass wir bei diesen Patienten praktisch nur in der ersten Kontrollgruppe mit Vitamin-C und mit Selen behandelt haben. Die zweite Gruppe sind Patienten, auch Durchschnittsalter 67,9, also das ist im Prinzip das gleiche Alter, haben wir mit der gleichen Behandlung therapiert, das heißt mit Vitamin-C und Selen, haben aber darum gebeten, dass sie am Tag 1,5 Liter des Wassers der Leonhardsquellen entsprechend dem Sensorik-Test, das haben wir aber wahrscheinlich heute schon gehört, ich bin ein bisschen später gekommen, sorry, aber das führen wir natürlich auch regelmäßig durch. Das ist die Grundvoraussetzung der Anwendung des Wassers, ist der Sensorik-Test, der bei uns durchgeführt wird und nachdem die Patienten das entsprechende Wasser trinken. Also bei dieser Gruppe Vitamin-C, Selen wie bei der ersten Gruppe, die zweite Gruppe jedoch mit 1,5 Liter Wasser der Leonhardsquelle. Dritte Gruppe, auch Alter 69,3 Jahre, hatten die gleiche Bestimmungsfrequenz und diese Patienten haben nur und nur das Wasser der Leonhardsquelle entsprechend dem Sensorik-Test getrunken. Haben die nicht Angst, wenn man ihnen in unseren Zeiten kein Vitamin-C-Wasser gibt? Ich kann mir vorstellen, dass Tumorpatienten sagen, wir rechnen mit jedem Tag, wir wollen das tun und wenn du uns jetzt kein Vitamin... Ich habe es denen ja nicht weggenommen. Es sind ja Patienten, die haben das zu Hause noch nie gehabt, mit denen muss man sprechen und sagen, pass auf, wir haben die Möglichkeit mit dem Trinken von Wasser, ohne die Anwendung, auch einen guten Effekt zu erreichen, was ich natürlich jetzt viel besser sagen kann, weil ich die Ergebnisse habe, weil ich ihnen das beweisen kann. Aber wenn die Patienten das gehabt haben, ich habe es natürlich nicht vorenthalten oder was anderes infundiert, Sie waren einverstanden mit diesem Schritt, mal eine Beobachtung über einen zweiwöchigen Zeitrahmen durchzuführen. Diese freien Radikale, von denen wir vorhin gesprochen hatten, haben wir gemessen mit einem Gerät der Firma Forum CR2000, so ist der Name, ich kann nicht immer sagen, was das CR2000 heißen soll, der Behandlungszeitraum der drei Gruppen war zwei Wochen und wir haben alle zwei Tage, also Montag, Mittwoch, Freitag, haben wir die freien Radikale kontrolliert. Das heißt, Blut genommen und im Blut nachgekauft. Es ist praktisch wie eine Bestimmung des Blutzuckers mit so einem Pin, ein ganz kleiner Stich in den Finger und dann nimmt man eine Kapillare ab und diese Kapillare wird praktisch nochmal gelöst, zentrifugiert und wird dann praktisch untersucht und man bekommt den Ausdruck aus dem Gerät. Dauert ungefähr sieben Minuten, die ganze Prozedur. Ist auch nicht sehr schmerzhaft und so weiter und so fort, aber das ist eben gut durchzuführen. Das brauche ich vielleicht nicht nochmal zu wiederholen. Ich meine, der Sensorik-Test, finde ich, ist ganz wichtig. Ganz wichtig ist eher, dass die Patienten eben nach der Weichheit empfinden, was ist das Wasser, was meinem Körper am besten tun kann, wie fühle ich das Wasser, ich sage immer, es ist auch eine Beziehung dazu, wenn Sie das Etikett sehen, und sagen, das schmeckt mir, dann besteht eine Beziehung aus meiner Sicht zwischen Kopf und Wasser, zwischen Seele und Wasser und dann denke ich, ist es noch besser. Und jetzt kommt es dazu, was sind die Zahlen? Das ist eigentlich jetzt die Quintessenz, was kann ich beobachten? Wir haben also in der Kontrollgruppe 1 mit nur Vitamin C und Selen eine Senkung der freien Radikale von anfänglich 528, was erhöht ist. Man sagt ja so, 300 ist so ungefähr, ist die Grenze zwischen nicht vorhandenen oxidativen Stress und über 300 oxidativen Stress. Und wir konnten hier innerhalb von 14 Tagen eine Senkung von 528 auf 296, K.u heißt Kartatelli, das ist ein Professor gewesen, Physiker in Italien, der hat praktisch diese Maßeinheit kreiert, also abgekürzt K.u, konnten wir diese freien Radikale auf 296 nach 14 Tagen senken. Also in den grünen Bereich hinein? Im Normenbereich praktisch Borderline 300 oxidativer Stress. Die Senkung der freien Radikale der Kontrollgruppe 2, also Vitamin C plus Selen plus 1,5 Liter Wasser, zeigt eine sehr gute Senkung, nämlich von 512 auf 210 K.u. Das heißt, wir haben die Radikale mit Wasser in Verbindung mit Selen und Vitamin C noch stärker senken können. Dritte Gruppe, und das ist eigentlich jetzt das Erstaunliche. Schauen Sie, die freien Radikale bei Trinken von 1,5 Liter Wasser entsprechend dem Sensortest, hier finden Sie die gleichen guten Ergebnisse wie Wasser plus Selen plus Vitamin C. Gut, es sind zwei Punkte Unterschied, wenn ich das mal, sehen Sie, von 210 K.u. Und wir haben nur mit Wasser 212 K.u. Das ist praktisch zu vernachlässigen, diese zwei Punkte. Wir haben, und das ist das ganz Entscheidende, ohne Infusionstherapie, allein mit dem Trinken des Wassers, der Leonhardsquelle, nach dem Sensortest, gleich gute Ergebnisse nach einem Zeitraum von zwei Wochen. Das kann ich definitiv sagen. Es sind hier nochmal aufgezeigt, praktisch die Ergebnisse. Und wir müssen jetzt diskutieren, was bringen uns diese Zahlen? Die objektiv, wirklich die objektiv nachweisbaren Zahlen, die beweisen, dass nach den beiden Wochen Behandlung beziehungsweise trinken, die freien Radikale gesenkt werden. Was zeigen uns diese Zahlen? Schauen Sie, in der Praxis ist es ja so, nach den 14 Tagen oder drei Wochen geht der Patient nach Hause. Gut, man kann Oral-Vetamin C nehmen, man kann noch ein bisschen Selen nehmen. Eine Infusionstherapie wirkt natürlich viel besser. Aber es ist ja nicht praktikabel, dass die Caps-Patienten nun über ein Jahr, jede Woche zweimal eine Infusion oder viermal eine Infusion halten. Das heißt, wir suchen doch wirklich praktikable, einfache Lösungen, die wirklich wissenschaftlich beweisbare Erfolge haben. Und damit ist natürlich das Wasser als Lebensmittel auch ein Therapeutikum geworden. Denn es ist ja möglich, dass ich das Wasser einsetze und mit dem Patienten spreche, dass eben zu Hause diese Therapie, die eigentlich auch eine Ernährung, eine lebensnotwendige Sache ist, das tägliche Trinken von Wasser, hier einen therapeutischen Effekt hat, der dazu führt, dass die freien Radikale gesenkt werden. Das ist eigentlich der entscheidende Schritt für mich und deshalb freue ich mich auch, dass ich das mal öffentlich sagen darf, dass man mit dem Trinken von Wasser einen therapeutischen Effekt hat, um die freien Radikale zu senken. Also nicht nur die Empirik, dass es gut tut und so weiter und so fort, sondern dass ich sagen kann, die freien Radikale werden gesenkt. Kritiker, und da bin ich vielleicht in der Beweisnot, sagen natürlich, ja, was bringt denn das, die freien Radikale? Hast du jetzt Patienten, die sind krebsfrei, weil sie das Wasser getrunken haben? Da muss ich natürlich sagen, kann ich nicht beweisen, muss weiter untersucht werden. Und das ist auch mein Anliegen. Ich muss natürlich eine gewisse Langzeitstudie machen und sagen, ja, wie ist es denn bei einem Patienten, der das wirklich konsequent mal ein Jahr trinkt oder anderthalbes Jahr, um dann zu sehen, wie ist das bei welchen, die das eben nicht getan haben. Und da müssen wir dranbleiben, denn es ist ja für uns Komplementärmediziner und Heilpraktiker, allen Therapeuten wichtig, dass wir auch gegenüber der Schulmedizin ein bisschen was in der Hand haben, was beweisbar ist. Denn sonst wird immer gesagt, okay, das mag gut und schön sein, aber kannst du nicht beweisen. Und da ist es vielleicht der erste Schritt oder das sind vielleicht die ersten Zahlen, die zum Beispiel beweisen, dass das Trinken dieses Wassers gesund ist, nachweislich die freien Radikale senken kann und damit auch als therapeutisches Nahrungsmittel eingesetzt werden kann. Einfach, praktikabel und über einen längeren Zeitpunkt. Das ist eigentlich jetzt das Fazit dieser ganzen Geschichte.